In den letzten zwei Minuten aufgenommen. Ich habe GTA, meinte, Black Ops 3 gespielt. Und da wurde dann nur die letzten zwei Minuten aufgenommen. Lautstärke minimieren. Drei, zwei. Eins. Eine ohne leckere Toastplitzen mit brutal viel Käse. Toast dabei geht es mit Backpapier in die Kälte. Tomatensauce mit Basilikum. Wir sollten aber auch selber Basilikum unterbinden. Stellen die Tomatensauce der Ombau rein. Brutal Mozzarella drauf. Bisschen Salz. Auf ohne... Äh, online... GTA online spielen... Geschlossene Freundessetzung. Ich komme nicht bei dir rein. Ja, dann kann ich ja auch noch warten. Und der hat null Leute in seinem Video. Ach, Black Ops zockt er. Ekelhaft. GTA online wird betrieben. Ey, meine... Meine getunten Autos und so und meine... Und meine Garagen und so wurden gelöscht, ne? Und mein ganzes Geld. Keine Ahnung. Nein, wie jetzt von den Accounts. Ich hab nur eine Million... Ich hab nur noch eine Million Deutner Euro. Ey, wie viel kostet ne... Base? Also... Äh... Äh, was... Deh... Base. Bank. Seite. 師... Baitrii Direktorier? Die Base. Suk... Vauch! Sk sach... Schi.... Stueem... Ev' Her com 17. Ja. Und ich habe Baitrii... Gibt es nicht irgendwo eine billigere Base? Da bin ich, aber die kostet mir 100.000 Dollar zu viel. Also, wie mache ich dein Netz am besten Geld? Kann ich mit euch machen? Dann kann zu mir sicherlich auch Geld machen. Oh, nein. 4 um und ja du Arma und du bist ja da hat mich gerade mal Fakker genannt Ja, was ist er? ich höre gerade so ein Lied und das ist so ja 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 Kabel Prozent Kassie kommen der Karin und ich komme kommen Vertraut Fertig 1 kann man zu mir ich habe radiosender ich 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 auch um er ist gefahren zum Casino ja ich mache einfach mit der kann ich mal ich habe leider kein Lamborghini also könnte das ein bisschen dauern ich bin ins Dürftchen gekommen aber egal wie viel Geld hast du? ich habe ich habe ich habe ich bin jetzt beim Casino rechts abbiegen m ich möchte es sehen ein oh ein Lamborghini ist in den Dings drinnen im Casino wie viel Uhr haben wir 20 auf 14 20 auf 14 ja wenn ich mir jetzt ein Auto haben möchte kann ich es einfach für 10 Prozent Rabatt haben Gitarra Sitzung beitreten ja ja Sollen wir irgendwie ein Rennen fahren bald? Ja, ein Rennen, wo man so Waffen, äh, Fahrzeuge wechselt? Nein, wo man die Fahrzeuge, wenn man durch den Punkt fährt, wechselt. Beautypflanzen? What the fuck? Kannst du bitte zu mir fahren? Ja, dann lad mich zur Mission ein. Was denn? Ach, Fexy, kenne ich nicht. Fexy, ah, ist unbekannt. Oha, ich hab voll das geile Auto gefunden. Nein. Blub, 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 flub, 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 flub. Ey, sorry, ich hab ein bisschen Tourette zu schauen. Ähm, bitte nehmen sowas nicht wörtlich. Kannst ja meine, ihr könnt ja meine Klassenkameraden fragen. Die können ja auch zufällig gerade mal gucken. Äh, wie lange nehme ich schon auf? Wie viele? Wie viele? Du weißt es nicht. Buh, bitte nehmen. Du weißt es nun schon Katja?